Hallo zusammen, nächster Trailer. Ja, ich war bei meinem zweiten Zahnarzt-Termin, beim anderen. Es klingt wieder mal nach Satire, wird aber irgendwie noch wüster als beim ersten Mal. Wer schauen möchte, Bitschut VK, die sich den Trailer bei Wagenus TV aufrufen, entsprechende Link kopieren, Browserzeile ab damit und dann vielleicht bis gleich. Tschüss!